Ich habe noch ordentlich was gehört, wie der. Was? Das? Denkst du? Ich habe noch ordentlich was gehört, wie der. Oh ja. Ja. Ja, das stimmt. Ich bin hier. Wir sind jetzt hier oben auf die Berge, 1745 an den Pimpinama-Tast mit Kreuz da oben. Ja, doch, da stehen noch welche, da stehen noch welche jetzt. Zum Banden kannst du auch hier, Panoramaweg. Siehst du die Marienbrücke? Drei Hütte. Wo sind wir jetzt? Ach, da ist der Kreuz, das stimmt. Und hier können wir auch ein bisschen nach oben und dann sehen wir das Kreuz. Das ist nur noch kein Weg. Dann sind wir auch ein bisschen hier noch mehr, weißt? Das ist da oben. Das ist gut, Leute. Es ist schön hier. Das ist ja nicht so gut. So geht's nicht so gut. So geht's nicht so gut. Das ist hier. Glattscherm. Achso, das ist für alle Glattscherm. Wenn du die Glattscherm hier musst, dann rumspringen. Da stehen die alle hier und dann laufen bis unten. Oh ja. Cool, ne? Hier und dann fahren die runter. Na, Schatz? Ah, laufen und dann gehst du nach oben. Oh, 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 oh. Hast du das? Scheiße, das war schon mit dem Blumen. So eine Schmerzgrenze da. Ja, das stimmt, Schatz, du. Mann, das ist ja Wahnsinn hier. So hoch. Und wo kommst du dann hier? Warum, die haben da so ein Seil wieder? Was nutzt diese Seil? Das weiß ich nicht. Wo geht das hin? Da musst du da oben, da ist ein Gehweg bis zum Kreuz. Das weiß ich nicht. Bis dahin... Das sehe ich auch gar nicht. Ich verliere das Seil. Ähm, das Seil ist hier, bis zum Stein. Bis zum Stein. Ja. Ja, guck da, hab ich recht. Das ist doch Schnee. Ja. Und du sagst... Ja, ich habe recht, ne, Schatz? Ja, ich habe recht, ne, Schatz. Ach, Schatz, bitte. Jetzt gehst du nach oben, ne? Wartest du nicht auf? Bitte? Ja, ich versuche auch. Ich versuche auch mein Glück. Wir fahren nach oben. Wir fahren nach oben, wenn wir nach oben gehen. Wir fahren nach oben. Wir fahren nach oben. Branden Schroeven. Geholt, blocked nach oben, cracked nach oben. Panorama, Leute. Look at that view, Leute. It's very beautiful. Yeah. Grabe. I'm gonna hold on. Hold on tonight. Hold on tonight. I'm gonna hold on. I'm gonna hold on. I'm gonna hold on. It's a nice outfit to get out of your uncle. Yeah. No, it's not possible. Then he's dead. He's dead. He's dead. He's dead. Yeah, that's right. Three steps from there. He's dead. He's dead. He's dead. He's dead. He's dead. Ja, siehst du, dass hier noch so viel ist hier oben, ein Kreuz und so, ne? Die dünne Luft. Hier, geh mal her. Dünne Luft, ja? Denkst du? Ja. 1800 Meter Höhe wie die Ostsee. Wie die Ostsee, ja? Siehst du? Wie groß ist denn die Ostsee, Schatz? Was? Wie groß ist denn die Ostsee? Wie groß ist denn die Ostsee? Ja. Wie groß ist denn die Ostsee, oder? Wie leuchtet ihr unpreden würde? Wie groß ist denn die Ostsee? Du denkst nur, dass du so ein bisschen... Aber gleich da... Jetzt muss ich kacken. Guck, da ist ein Haus. Sauerstoffzeit. Das habe ich noch nie gehabt in meinem Leben, dass man noch ein Kreuz um den Bergen steht. Das ist auch in den Philippinen. Aber da musst du dann auch wandern in die Provinz, wo die Höhe sind. Machen wir jetzt mal Pause. Wir sehen einen Hund. 1700. 100. Das ist richtig Hammer. Sie haben Power. Ja. Hallo liebe Schwester. Eine kurze Info von mir. Also falls ich nicht mehr zurückkomme, du sollst alles kriegen, was mir gehört. Im Moment bin ich bei 1800 Höhenmeter. Und ich habe noch ein Stück vor mir zur Bergspitze. Also ich kann dich nicht schicken. Hast du noch nicht geschickt? Nein. Es ist noch nicht so. Ich bin schon mal in der Runde. Da ist noch kein Geh. Das ist der Kroß des Papagisas. Hier sieht man sie. Mal sehen sie. Das ist ein Kroß. 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 Ich kann es nicht mehr zurückkommen. Ich bin jetzt so big-spitzig. Das ist wirklich schade. Fünf Minuten nur noch. Der Königrunde. Königrunde. Ich habe noch ein Video gemacht und ich habe noch ein Telefon. Ich habe noch ein Video gemacht. Guck mal. Guck. Yan... Magpapualam na yan ako guys. Yan mga daming bundok lang. Malas magkatabi lang. Guck na gabi dun sa taas. Medyo malapit-lapit na sya. Pag malaglag ka dito Gulong gulong ka talaga So pupunta na ako sa asawa ko, tatalig buh ako kasi Sobem na naiwan yan lang ako naiwan yan ako guys nito na siya sa taas So magpapaalam na rin ako Bye guys Bye everyone, thank you for watching Ingat kayo dyan lagi Keep safe, this is Filipino einen German Vlog. Bye, guys!